Hallo und willkommen! Sie können das Achtelfinalspiel der Champions League zwischen Inter Mailand und Atletico Madrid an diesem Dienstag, dem 20. Februar 2024, um 21 Uhr live auf Darts in 1 HD verfolgen. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald! Vielen Dank!